Jajajaja Hä? Er will sich zu mir TP'n Uahhhahaha Und er ist wie Jäger Was? Einen so genannte Jäger will sich zu mir TP'n Ok Ich will ich mich zu dir TP'n Erstmal zu Penny Ja, den haben wir auch um die Ecke. ETF, was ist los bei dir gerade? Du leckst bei mir. Bei mir packst du die Blöcke immer ab und zu immer zurück. Achso, also was ist los bei dir oder was ist los bei mir? Bei dir. Also bei mir. Nein, bei deiner Schwester. Was? Die du nicht hast. Hals, Maul. Hast du eine Schwester? Nee. Alles klar, Digga. Schau mal auf TeamSpeak. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, ich bin gleich am Arsch. Ich bin am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Wow, ein HP, Junge. Ein HP. Alter, Junge. Ich bin einfach gerade aus Minecraft rausgezappt. Hab auf dem TeamSpeak wegen dem Ping geschaut. Und da greift mich die scheiß Spinne an. Jetzt hab ich nur noch ein HP. Fuck. Ich hab 32 Eisen läuft bei mir. Ähm, kannst du mich vielleicht mal zu dir tippen oder so? Warte, ich schick dir nochmal die Anfrage. Ja, warte, ich nehm sie gleich an. Aber irgendwie so, dass ich nicht gleich runterfliege und sterbe. Ja, das ist es ja gerade. Ich bin... Na, äh, in Lava. Auf Lava. Oh, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Auch wegen den Items und so. Zum Glück sehen wir nicht in der 1.9, weil da muss man auf jeden Fall ziemlich aufpassen, dass man den anderen da nicht reinschubst. Ja, das ist wirklich so. Also... Oh, schon wieder ein Netgarianer. Hoffentlich, hoffentlich ist es nicht Schmetgar. Das wäre nicht so gut. Oder? Bist du Schmetgar? Oder ein Schmetgarianer? Schmetgar oder ein Schmetgarianer? Oh, hab ich gesagt. Das passt hier eigentlich ganz gut. Wir sind hier auf dem Freedom-Server. Und einer heißt Xarot. Was will man denn mehr? Was für ein Projekt will der jetzt eigentlich machen mit dir? Du hast dich hier schon nachgesehen. Ähm, nee, ich hab tatsächlich noch nicht nachgesehen. Und wer sich fragt, um was geht? Es geht um eine Folge Jump World, die ich vorhin noch aufgenommen habe. Spontan. Und... Ja, schaut die einfach an. Vielleicht verlinke ich sie in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und... Im Namen von Gronkh köpfe ich jetzt dieses Evil Chicken. Äh... Aber nur wenn du es nicht vergisst, das heißt, ihr werdet es nicht sehen. Ja. Schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Es ist... Das wird ähnlich schon lange her sein. So aktiv bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, gut. Jetzt habe ich es geköpft. Ich bin hier gerade richtig in Haisenfarben. Ja. Ich muss mir das Wort wieder abgewöhnen. Was? Welches? In Intrig habe ich immer ein Wort, das nicht in einer Aufnahme immer 10 drauf macht. Ja, 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 so geht es mir auch. Also generell so. Die Spinne ist aber nicht aggro auf mich, oder? Oh man, ich... Oh man, ich... Alter, ich hoffe, die Spinne ist nicht aggro auf mich, sonst bin ich hier richtig hart am Arsch. Ich sehe dich! Wo bist du? Wo bist du? Ich jetzt? Wo? Ey, du bist jetzt nicht mal so weit gelaufen, Junge. Oh, ich sehe Zuckerrohr. Gleich dahin. Aufpassen, dass ich nicht wieder... Warum sind hier so viele Spinnen, Junge? Okay, ich habe so das Gefühl. Rein da. Ja, nice. Wo bist du jetzt? Ähm, ich bin hier am Fluss. Und da ist ein Sch... Wow, ein Creeper. Ich habe 56 Eisen, Ernst. Null, weg hier. Nice, Digga. Da kriege ich doch, ich auch weiß, oder? Ey, jetzt komm mal zu mir. Ja, warte, ich schicke dir nochmal eine CP-Anfrage. Was ist da? Ich bin ganz da. Oh, warte, warte. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Oh! ETF! John? Aber irgendwie so, dass ich nicht gleich runterfliege und sterbe. Ich bin gesprungen. Du hast mich CP'd. Und ich bin direkt runtergesprungen, Junge. Slash, ähm... Direkt in ein Skillet. Da rein. Scheiße, man. Okay, warte mal. Ich, ähm, port mich wieder zu dir. ETF, wie viel Pech kann man denn haben? Ja, du kannst Slash weg machen. Habe ich schon, aber bin ich... Ne, bin ich irgendwie nicht. Okay, den Bug hatte ich auch. Dann war ich wieder am Sporen. Ne, äh, ich bin am Ort, bevor ich mich CP'd habe. Okay. Zumindest habe ich wieder volle Hunger. Boah, ich muss... Du musst... Ich muss sich jetzt schnell hertippen, sonst ist dein ganzes... Weg, weg, weg. Okay, ähm, hast du keine Fackeln oder so? Hm, nee. Okay. Ich habe meine Helligkeit auf jeden Fall auf 100%. Also ich sehe zurzeit noch genug. Ähm, Options, Video-Settings, Blub-Shaders. Da tun wir gleich einen Shader rein, dann ist ja schon egal, wenn... Wenn wir sowieso keine Fackeln haben. Und in der Tat, ich sehe noch weniger. Ja, nimm dir einfach eine Fackel in die Hand. Äh, ja, stimmt. Äh, wenn ich eine hätte, aber ich kann mir ja schnell eine Crap... Nö, Digga. Hast du mein Holz? Ich hatte locker einen Stack Orgwood. Nee, habe ich nicht. Wirklich nicht? Wir haben nur ein bisschen Fichtenholz. Wir haben nur das Fichtenholz, das ich vorhin zu Hause gefahren habe. Okay. Das ist... Natürlich nicht so geil. Ey, warte mal. Das muss ich dann ausprobieren. Denn rein theoretisch kann ich ja in der 1.9 die Fackel in die rechte Hand nehmen. Und die müsste ja dann eigentlich leuchten, oder? Ja. Ich glaube schon. Ey, yo, wie OP ist das dann eigentlich? Das muss ich echt dann ausprobieren. Also ich fahre jetzt mal wieder ein bisschen Kohle hier. What the hell? Ich bin hier. Übrigens, ich bin irgendwie zurückgeblieben. Also nicht vom Wissen her, sondern irgendwie jetzt vom Höhlen erforschen her. Also, ähm, ja. Das klingt auch ein bisschen zweideutig. Aber naja. Äh. Hallo Zombie. Hallöchen. Und es lag bei mir na heiß. Denn mein Internet ist ein Scheiß. Ich muss einen Rap und einen Song machen über mein scheiß Internet. Denn das finde ich überhaupt nicht nett. 14 Läppel. Nice Digga, ich hab zwei. 16 Eisen. Oh, ich hab schon Apples. Ja, die hat man doch von Anfang an, oder? Äh, nee. Übrigens, ich hab da auch Eisen gefunden. Und, pass ab. Ja, mach ich auch. Die Leute, die sich jetzt fragen. Yo, Digga. Wir sehen ja eigentlich gar nichts. Und warum setzt du nicht einfach eine Fackel hin? Du hast immerhin fucking 16. Jo, äh, juckt mich einfach nicht. Kann sein, wo ganz was. Oh, noch mehr. Aber vielleicht werde ich das, ähm, gleich machen. Warte mal. Ich muss das... So. Somit komm ich, ähm... Escape Controls. Ah, das hab ich auf X. Ja, genau. Ist eigentlich bei dir grad so vom Wetter her aus. Ist bei euch das... Ähm, ja, ich hab's vorhin auch donnern gehört. Aber jetzt im... Moment hör ich eigentlich nichts. Aber es ist tatsächlich... ...nicht so schön, wie es vorher war. Und bei uns ist das jetzt ziemlich... ...so grau. Bisschen. Wirklich nur ein bisschen, gell. Ja, aber ihr müsst wissen, ähm, es war vor richtig geiles Wetter. Und auf einmal sagt so Simon zu mir, yo, äh, es donnert voll und so. Und ich denk mir so, okay. Bei ihm donnerts. Alles klar, bei mir schönes Wetter. Irgendwann ein paar Minuten später so bei mir donnerts auch voll. Boah, da hat's echt vorhin so einen richtigen Schnall zu draußen gemacht. Das war der Tag, an dem sich Gott erschoss. Äh, nee, Spaß, jung. Leute, ich will, ähm, bin selber zwar Christ. Moderner Christ, würde ich mal sagen, weil, äh, ja. Viele mit Religion habe ich nicht im Hut. Apropos Hut, das passt zwar jetzt gar nicht. Aber irgendwie habe ich, äh, grad überhaupt keine Spitzacke mehr. Heißt, wir müssen die Workbench auspacken. Also, wir müssen die Workbench auspacken.